Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Beim Joker war die richtige Zahlenkombination auf zwei Quittungen aufgedruckt. Ein NDR und ein Steirer waren es, die auch Ja zum Joker gesagt haben und dafür jeweils mehr als 83.000 Euro bekommen. Ich hoffe, Sie haben für diese Runde mitgespielt und das Ja beim Joker angekreuzt. Starten wir mit der Ziehung. Viel Glück! Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 4. An zweiter Stelle haben wir 2. Die dritte Stelle lautet 3. 3. An vierter Stelle haben wir 1. An der vorletzten Stelle 4. 4. Und an der sechsten und letzten Stelle 1. 1. Somit lautet die Joker-Zahl der heutigen Ziehung 4, 2, 3, 1, 4, 1. 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle. 7 Euro mit zwei Stellen, 77 Euro mit drei, 770 mit vier, 7700 mit fünf und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker. An Gewinnern der heutigen Ziehungen gratulieren wir natürlich sehr, sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie unter anderem im Teletext auf Seite 721 und der Win2DAT aus den Tageszeitungen sowie in Ihrer Annahmestelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Auf Wiedersehen am kommenden Mittwoch hier in ORF 2. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020